Und die Hauptrolle in dieser Szene spielt diese Inanab, liebes Muckibup. Die Kamera läuft mit, ab jetzt. Die Kamera läuft mit, ab jetzt, ab jetzt, ab jetzt, ab jetzt. Die Kamera läuft mit, ab jetzt, 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 ab jetzt. Danke noch. So, liebes Muckibub, die Szene ist im Kasten. Wir spielen das Ganze jetzt andersrum und dann werden Sie sehen, wie man tatsächlich Bananen macht und Sie werden ein bisschen was von mir verstehen. Hallo, mein Name ist Bernhard Wolf. Ich spreche rückwärts zu Ihnen. Heute zeige ich Ihnen, wie man Bananen macht. Stück für Stück. Noch ein Stück. So. Und noch ein Stück. So. Und dann noch schön zu machen. So. Und fertig ist die Banane. Dann schön. Dann schön. Vielen Dank. Lecker, lecker, lecker. Vielen Dank. Vielen Dank.